Hallo und herzlich willkommen zurück zu das Schwarze Auge Memoria an einem wunderschönen Freitag heute, wo ich aufnehme. Aber die Folge kommt ja im Sonntag, also vollkommen egal. Ich habe jetzt herausgefunden, was wir machen mussten, um da durchzukommen. Und zwar, wir müssten hier, äh, geh auf, diesen aktivieren und deaktivieren Zauber anwenden. Dann ist es nämlich jetzt ein schlafender Splitter, das heißt, wir können nur noch Probleme da durch. Das sollte dann kein Problem sein. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir da am besten hinkommen. Ich glaube, wir müssen einmal hier nach oben. Äh, nein, nach oben. So. Sind wir, wo sind wir jetzt, wo? Ich sehe uns nicht. Toll, toll. Ach, da oben stehen wir. Dann gehen wir hier rein. Hier runter. Ähm. Ne, nach draußen möchte ich nicht. Ähm. Der Turm ist nun wieder unten. So, jetzt müssten wir hier dräuch kommen und dann hier zu dem Splitter. Er ist nun wieder wach und oben. So. Dann müssten wir hier doch, wenn wir das wieder hoch machen, dann müssten wir ja... Der Turm ist nun wieder oben. Ähm. Ich glaube, das mit dem Zauber hatten wir auch schon in der letzten Folge probiert. Wenn ich mich richtig entsinne. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was mussten wir denn machen? Was mussten wir denn machen? Kümmert euch erst um die kleinen Kristalle. Erst wenn sein Schild weit genug geschwächt ist, erreicht ihr den großen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Machen wir das mal wieder aus. Und jetzt gucken wir, was... Können wir den nicht... Der Turm ist nun... Schwäbe-Gestalt. Können wir den nicht irgendwie hier so... Jetzt geht... Das verstehe ich noch nicht. Der Turm ist nun wieder oben. Habe ich irgendwas übersehen? Und ist der da? Aber wir müssen doch noch oben, oder? Der Turm ist nun wieder... Müssen wir hier vielleicht... Müssen wir hier vielleicht... Solange ihr den Kristall mit eurer Hand erreichen könnt, gibt es keinen Grund, ihn gewaltsam zu zerschlagen. Aber wieso können wir ihn nicht nehmen? Ich meine, er ist ja jetzt im Grunde aus, oder nicht? Der Turm ist nun... Der ist doch jetzt im Grunde aus, oder? Schlafender Splitter... Ich schläft, das heißt ja, er ist schwächer, oder? Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene der Ausgangs... Wollt ihr nach... Moment mal, hier sind doch diese Tentakel, oder? Kennen wir... Okay, das geht nicht... Hm... Ich bin gerade ein bisschen überfordert... Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier oben... Unten der schläft, auf jeden Fall... Aber welchen kleinen Kristall meint er noch? Wenn der schläft, meint er den hier im Turm? Aber kommen wir ja auch nicht raus... Ich verstehe das gerade irgendwie nicht, ich bin gerade irgendwie überfordert... Der Turm ist nun... Der Turm ist nun... Okay, damit können wir auf jeden Fall auch nichts machen... Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, was wir denn jetzt hier machen müssen... Das überfordert mich gerade ein bisschen... Ich muss mir erst den hier ausmachen... Übersehe ich vielleicht irgendwas... Übersehe ich vielleicht irgendwas... Jetzt rausklettern... Brunegeweihte... Er fährt der Geweihte... Was ist... Brunegeweihte... Schwebelkristall... Aber im Grunde ist er ja der Letzte... Aber wir können ihn auch nicht einsammeln... Hm... Ich habe vielleicht noch eine Idee... Vielleicht mit dem anderen Schwebelkristall... Das wäre eine Möglichkeit... Es wäre eine... Gute Möglichkeit... So lange er schläft... Befindet er sich hier unten... Und was ist, wenn wir den hier wieder aktivieren? Diese seltsamen Tentakel... Fühlen sich zu den Schwebesteinen hingezogen... Besser, ich komme ihnen nicht zu nahe... Solange ich ein Wachen bei mir trage... Naja, dann legen wir den wieder schlafen... Solange er schläft... Befindet er sich hier unten... Er schläft... Das heißt, er ist aber dann geschwächt, oder? So... Der Turm ist nun... Ich verstehe nicht, worum es jetzt geht... Was ich jetzt tun soll... Dafür müsstet ihr ganz nah an ihn heran... Solange der Prinz mit auch nur einem Kristall verbunden ist... Kann ich nur Dinge in unmittelbarer Nähe beeinflussen... Was weiß ich jetzt nur mit diesem einen Kristall verbunden... Dafür müsstet ihr ganz nah an ihn heran... Solange der Prinz mit auch nur einem Kristall verbunden ist... Okay... Gehen wir mal hier runter... Hier raus... Hier rüber... Klettern wir hier raus... Puh... Ich bin ein bisschen gespannt... Weil ich glaube, das Spiel tut sich langsam mit dem Ende zuneigen... Ich komme ihm besser nicht zu nahe... Ich komme ihm besser... Das verstehe ich nicht... Was müssen wir machen... Das ist gar nicht so einfach... Vielleicht kann ich nochmal mit... Ähm... Ihr wisst schon, mit ihm reden... Probier nochmal mit ihm zu reden... Beeilt euch... Deaktiviert die Schwebekristalle in den Türmen... Nur so könnt ihr ihn... Und der ist noch aktiviert... Der Turm ist nun... Aber dann... Kommen wir hier nicht rüber... Besser ihr kommt... Besser ihr kommt... Fangt! Ein kleines Stück weiter... Und ich könnte hinüberklettern... Fangt! Ähm... Pensionszypter... Ein Federgehen? Was ist es nicht? Nein... Das wollte ich nicht... Kasims Arme haben einen Moment lang... Auf den Kristall reagiert... Doch er ist so schnell nach oben verschwunden... Das ist echt... Ich kenne nicht wirklich dieses Rätsel... Der Turm ist... Der Turm ist... Berührt ihn... Und ich werde ihm seine Macht rauben... Scharri satt... Hm... Ein kleines Stück weiter... Und ich könnte hinüberklettern... Aber wie... Mission schicken... End und... Das ist es nicht... Weiß nicht... Wird ja sein können... Aber was wollen sie denn? Das ist es nicht... Was sie wollen... Sie wollen irgendwas... Aber was wollen sie? Die... Das ist halt das Schwierige... Was wollen die denn? Was wollen die... Dass wir dann... Ähm... Ich weiß schon, was ich meine... Ähm... Versuch ist es wert... Moment... Wir müssen den Turm wieder runterlassen... Könnte so einfach sein... Aber ich habe keine Ahnung... Wenn ich auf den Kristall einschlage... Löst er sich vielleicht... Aber genauso gut könnte er auch zerbrechen... Und mit dem Präsidionszepter... Wenn ich auf den Kristall einschlage... Löst er sich vielleicht... Aber genauso gut könnte er auch zerbrechen... Dann halt nicht... Lass uns sehen, was geschieht... Wenn ich den Kristall hier festbinde... Der Gürtel hat den Kristall vom Podest... Der fliegt nun nicht mehr nach oben... Das wäre geschafft... Okay, der ist ausgeschaltet... Alle sind ausgeschaltet... Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch nach oben... Und vielleicht versuchen von da aus... Dafür müsstet ihr ganz nah an ihn heran... Ob wir... Das ist jetzt sehr viel kleiner... Das heißt, wir müssen gleich rausklettern... Weil die ganzen Dinger sind jetzt... Ähm... Deaktiviert... Die ganzen Steine sind deaktiviert... Wir müssten jetzt eigentlich an ihn herankommen... Ich komme ihm besser nicht zu... Ich komme ihm besser... Ich komme ihm besser... Ich komme ihm besser... Moment mal... Ist er noch aktiviert? Der Schild schützt ihn... Dafür müsstet ihr ganz nah an ihn heran... Solange der Prinz mit auch nur... Moment mal... Ist der eine noch aktiviert? Ist hier noch irgendwas? Ne, der ist auch deaktiviert... Das ist keine echte Rüstung... Ne, die sind alle deaktiviert, oder? Ich komme nicht heran... Kasims Schild beschützt ihn... Wenn ihr die Kristalle in den Türmen löscht, wird auch der Schild kleiner... Vielleicht könnt ihr ihn dann endlich erreichen... Das Schild ist ja schon kleiner geworden... Und die ganzen Kristalle sind aus! Die sind alle aus! Das kann ich bestätigen! Aber was... Was fehlt noch? Was habe ich übersehen? Der da oben, ja... Aber wie kommen wir denn da dran? Oder wie kommen wir? Damit endet ein kleines Schiff. Ach so. Ja. Ja. Das wäre so einfach gewesen. Wäre echt einfach gewesen. Wäre ich mir aber nicht so dumm gewesen. Sehr gut gemacht. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Satya. Das ist ganz, mit Waffen undushi. Du bist. Ich habe mich überwältigt. Und dann, wenn ich mich überwältig. Ich habe mich überwältigt.